Das Hotel Reakt in Campastilla in Mallorca. 50% der Gästen empfehlen das Hotel weiter. Insgesamt haben 29 Gästen das Hotel bewertet und vergeben insgesamt 3,7 von 6 Sonnen, welches eine mittelmäßige Zufriedenheit widerspiegelt. Leider liegen nicht mehr Bewertungen als die 29 vorhanden vor. Daher sind die Aussagen mit Vorsicht zu genießen. Nun die Bewertungen im Detail, Lage und Umgebung. Eine gute Lage zeichnet sich durch die Einkaufsmöglichkeiten in der Nähe, gute Verkehrsanbindung, Bars und Restaurants um die Ecke sowie Entfernung zum Strand aus. Das Hotel bekommt für die sehr gute Lage eine Bewertung von 5,1 von 6 Sonnen. Service. Im Punkt Service wird das Hotel von den meisten Gästen positiv bewertet. Im Durchschnitt werden 4,1 von 6 Sonnen vergeben. Sport- und Unterhaltungsprogramme. Das Unterhaltungs- und Sportprogramm ist akzeptabel. Es wird mit 3,6 und 6 Sonnen bewertet. Gastronomie. Es sind zwar keine Sterneköche am Werk, aber für eine solide Wertung von 3,4 von 6 Sonnen hat es gereicht. Zimmer. Akzeptable 3,1 von 6 Sonnen wurden für den Zustand der Zimmer vergeben. Hotel allgemein. Die Kategorie Hotel allgemein umfasst die Sauberkeit und Zustand des Hotels. Hier scheint das Hotel die Erwartungen der Gäste nicht gerecht zu werden und erhält nur 3 von 6 Sonnen. Sprechen Sie am besten mit Ihrem Reiseveranstalter oder rufen Sie direkt beim Hotel an, um nähere Informationen über das Hotel zu bekommen. Das waren Informationen zu der Lage, Service und Ausstattung des Hotels. Angebote und weitere Informationen erhalten Sie, wenn Sie dem Link unterhalb des Videos folgen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. 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 Aufmerksamkeit.